Luca, ein 10-jähriger Wallach, der ohne Vorwarnung durchgeht und ständig unter Strom steht. Seine Besitzerin sucht seit 5 Jahren nach Lösungen, um mit ihm besser umgehen zu können. Auch ein schwerer Reitunfall hat sie davon nicht abgebracht. Nun ist ihre letzte Hoffnung Ariane Telgen. Mein Name ist Ariane Telgen, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferde-Physiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme ihres Pferdes. Bisher hat Luca noch nichts von dem gezeigt, was die schwerwiegenden Probleme ausmachen sollen. Also probiert Ariane jetzt erstmal das Verladen aus. Ein Problem, das ja spätestens am Abholtag sowieso zum Vorschein gekommen wäre. Warum also nicht gleich in Angriff nehmen? Bei diesem sogenannten Verladetraining geht es Ariane nicht primär darum, dass Luca gut und schnell in den Anhänger geht, was natürlich ein netter Nebeneffekt wäre, sondern mehr darum, dass Luca tatsächlich einmal zeigt, wie er sich aus der Affäre zieht, wenn er etwas nicht tun will, was ein Mensch von ihm möchte. Pferde würden sich gegenüber dem Leittier niemals selbstständig machen und die Führung übernehmen. Machen sie das gegenüber ihren Menschen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihn nicht als Leittier anerkennen. Das bedeutet aber auch, dass sie die Pferde bei ihrem Menschen nicht sicher fühlen und in unbehaglichen Situationen dann lieber die Flucht ergreifen, als ihnen zu folgen. Es geht hier also nicht darum, den Willen des Pferdes zu brechen, sondern seine Anerkennung als Leittier zu bekommen, um ihm damit die nötige Sicherheit zu geben, seinem menschlichen Anführer auch in beängstigten Situationen folgen zu können. Hier sind wir, hier sind wir, nicht da hinten und kommen wieder vor und Seite. Gucke mal, stell dir mal vor, da hättest du jetzt eine Stechfliege sitzen, Dann könnte ich die richtig schön hiermit wegmachen. Merkst du das? Ja, die ist nicht dafür da, dass du da irgendwie hochgehauen wirst. Nee, nee. Ne, guck mal. Die kann ganz viel, die kann dich streicheln. Ja, die kann was wegmachen, deswegen musst du gar nicht so zickig werden, wenn diese Gerte kommt. Nee, da musst du nicht zickig werden. Schau mal. So, und dann kann die Gerte auch, kann sagen, geh ein bisschen vor. Geh ein bisschen vor und dann sagt der Luca, ja, mach ich. Hm, komm. Hopps, hopps. Das ist ein kleines Geduldsspiel natürlich. Er weiß ja auch, dass er mit vielen Sachen, glaube ich, durchkommt. Besonders, wenn er dann in Rage geht. Und ich glaube, diese Rage, die darf man einfach gar nicht mitmachen. Und weil Luca das anscheinend alles noch ein bisschen länger ausdiskutieren möchte, machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, Pferde, die den Anhänger nicht mit etwas Positiven verbinden, nicht mit leckeren Sachen, mit entspannenden Sachen, sondern nur den Besuch zur Klinik, zum Tierarzt, zum Reitunterricht oder sonstigem. Die sehen natürlich auch keine große Motivation, einzusteigen. Und ich muss ihn ja erst mal einmal reinbekommen, um ihm zu zeigen, ey, das ist alles wirklich halb so wild. Hopp. Na super, du wirst es schaffen und auch überleben. Komm hier, hopp. Das kann man ja nicht immer so genau wissen. Geh wieder, geh wieder zur Seite. Das ist überhaupt gar nicht, damit machst du, machst du gar nichts. Nein, damit machst du es nur, dass es noch länger dauert. Komm her. Ja, hier ist Bremse. Und komm, hier ist eine Gärte, wie du das siehst. Da geht es auch nicht durch. Nein, nein, nein. Und komm. Ja, und. Und komm. Und komm. Schluss. Nein. Jetzt testet Luca erst mal, ob Ariane es wirklich ernst meint. Lass. Impuls hier gebe, dass er einfach gar nicht so viel aufnehmen kann. Weil da ist er ja natürlich stark. Hopp. 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 So ist es schon. Gut so. Jetzt einfach ruhig zu bleiben. Keine emotionalen Gefühle zu kriegen. Ist gut. Ja, ich mache gar nichts. Ich lenke ihn jetzt wirklich nur hier rum. Fein. So kommt. Klasse. Super. Ich glaube, das ist schwierig, wenn man einfach merkt, dass die sich auch so wehren und ja auch nicht mehr freundlich sind. Nein, nein. So, guck mal. Ja, supi. Klasse. Toll. Ja. So, und was mich dann immer wundert ist, die haben solche Schmerzen im Genick. Die haben solche Schmerzen im Hals. Aber gehen jetzt selber so mit sich um. Nee, komm. Komm. Seite. 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 Fein. Gut so. Mit manchen Pferden sind solche Diskussionen schon noch 5 bis 10 Minuten erledigt. Luca gehört aber schon zu den extremeren Kandidaten, wobei Arianes härtester Fall ihr eigenes Pferd Konrad war. Die wenigsten Pferde legen es jedoch darauf an, ihren Menschen mal zu zeigen, wer denn wohl der Boss ist. Unwilliges Verhalten oder Richtigkeitsprobleme haben sehr häufig körperliche Ursachen. Wie man diesen auf die Spur kommen kann, wird im neuesten Tutorial von Ariane gezeigt. Das ist im Mitgliederbereich zu finden und wie man da reinkommt, steht in der Videobeschreibung. Auch kann man dort viele Filme in der Uncut-Version sehen und neue Videos oft auch schon früher als alle anderen ansehen. Na komm, noch ein Stück vor. Komm. Schaffst du, schaffst du. Bin mir sicher, dass du das schaffst. Ja. Komm. Komm vor, komm. Komm, ja komm. Komm, ja komm. Hm, eben gerade habe ich Kind. So. Nein. Jetzt will er es aber wirklich wissen und Ariane da am besten weghaben. Super. Ich habe gar nichts gemacht. Du entscheidest hier komplett selber gerade. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Klasse, prima. Gut, du machst Klasse. Nicht immer eigenmächtig handeln. Macht gar keiner was. Und ich mache auch nichts. Guck mal hier, ich streichel dich hier und du rotierst hier so in eine Runde und bringst alle in Gefahr. Dich und mich, den Kameramann, alle. Für was? Für was denn? Für was denn, hä? Du. Ja, komm. Hast jetzt hier mit mir nichts Schlechtes erlebt. Also steig ein. Ja, komm, steig ein. Komm. Na komm. Ja, toll. Aber da passt du jetzt nicht vorbei an der Wand. Du müsstest ein bisschen in die Richtung. Hörst du? Du, sonst kommst du hier gegen. Ja, sonst kommst du dagegen, hörst du. Ja. Na komm. Geh ein bisschen zur Seite. Ja, super. Klasse. Was ist denn mit dir passiert, sag mal? Dass du so dicht machst, sag. Und so stur fühlst und gefährlich fühlst. Das muss doch nicht sein, oder? Na komm. Und wieder ein klein bisschen. Ja. Du stehst auf meiner Peach. Kannst du bitte deinen Fuß mal eben drunter machen? Entweder durch Vorsetzen. Oder wahrscheinlich durch Zurückziehen. Hopp, hopp. Ja. Jetzt stehst du immer noch auf meiner Peach. Ja. So. Supi. Klasse, klasse. Super. So, komm her. Hopp, hopp. Ja, toll. Klasse. So, mein Junge. Ja, jetzt machen wir das Ganze mal ganz anders. Wir haben hier ein paar Wege, die wir probieren können. So, gut so. Ja, warte mal eben. Komm mal her. So, und zurück. Zurück. So, schön. Klasse. So, komm. Komm vor, komm. Ja, fein. Na, klasse. Supi. Toll. Toll. Große, klasse. Na, komm. Komm mit mir, komm. Komm mit mir, komm. Komm mit mir, komm. Ja, toll. Klasse. Komm. Na, komm. Komm. Komm mit mir, komm. Zurück. Fein. So, schön. Klasse. Prima, prima, prima. Gut gemacht. Es ist gar kein schnelles und stürmisches Zurückgehen. Ja, fein. Sondern er wartet wirklich, bis ich ihn zurückschicke. So, was man auch hier merkt, ist, wenn er ein bisschen Hafer gefressen hat, da drinnen jetzt, dann kommt so ein Zungenschlagen, wie so ein Würgen so ein bisschen. Und ich bin echt gespannt, was die Rabea da noch für Ideen hat oder was sie vielleicht mit rausfinden kann, weil das ist natürlich auch noch mal wichtig. So, wollen wir noch mal? Ja. Komm. Komm. Ich habe nichts getan. Nee. Ich habe nichts gemacht, dass du jetzt hier auch wieder ausfasten musst. Nein. Kommst du bitte? So. So, komm. Und hopp. Und hopp jetzt. Komm. Komm. Und 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 komm. Ja, gleich gehst du wieder ganz hoch. Ich sehe das schon. Und komm. Und. Und komm. Nein. nerven weil ob ich es ohne nerven mache oder mit nerven mache er steigt sowieso und entscheidet selber das ist also völlig egal vielleicht müssen wir das gleich einmal zusammen machen sonst luca sieht es gar nicht ein hier als erster nachzugeben und bevor noch jemand über kopf geht nimmt der kameramann das jetzt mal in die hand nur der dreht sich wirklich um gewusst glaube ich also zumindest die lange ich bin jetzt ein bisschen hinter ihnen gegangen und habe von hinten so ein bisschen gewedelt das hat es gebracht strick es ab eins zu null für luca so ist schön eine sehr sehr schwere geburt ich probiere es jetzt ganz normal ja ist alles gut bin gespannt ob es funktioniert wenn nicht müssen wir mit einer longe begleiten und ja bin gespannt er war jetzt ein paar mal oben hat mitgekriegt dass er da was zu fressen hat dass ihm keiner wehtut und jetzt bin ich gespannt was ist los ja ja komm kind ketten funktion habe ich weg ich bin gespannt was passiert ja komm mit so schön klasse super gemacht toll 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 siehst du voll prima mein junge und zurück und zurück einmal darfst du noch drauf und darfst was pressen ok versuch mal gerade runter zu gehen dann musst du nicht immer da auf so eine stufe gehen ja komm her hopps gut gemacht klasse so ist ganz große klasse ja so also über den hof kommen ist gar nicht das problem das macht er jetzt schon obwohl hier wirklich bauarbeiter sind es fahren autos hoch und runter die pferde wir haben da der samu wird da aber er hatte die fixierung auf den anhänger und dass er da auf keinen fall reingehen will aber jetzt hat es geklappt jetzt machen wir mal probe auf probe auf ja was auch immer das mehrstündige training mit luca hat dann doch noch zum erfolg geführt und luca weiß jetzt dass es im anhänger auch ganz nett sein kann die kleine auseinandersetzung wird jetzt seiner besitzerin helfen auch andere situationen mit ihm meistern zu können das leben als pferdetrainer ist eben manchmal nicht nur eine zerreißprobe für stricke sondern vor allem auch für geduldsfäden die sollten aber möglichst niemals reißen ich würde ihn jetzt einfach wieder runter würde das damit beenden aber es ist schon wirklich enorm er hat ja viele empfindliche stellen aber sowas ist wirklich noch möglich mit wehren und steigen und umdrehen und ja es ist ja mal ganz krass wo ich sage boah da würde ich gar nicht jetzt drauf reiten weil es wirklich ja schmerzstellen da sind transportieren muss man auch wenn man in die klinik geht oder zum röntgen fährt oder was auch immer und von daher fand ich es wichtig dass wir das jetzt halt einfach ein bisschen probieren und ich hoffe dass er das morgen wieder so schön macht also jetzt nicht wie die letzten vier stunden das ist nicht so schön gewesen ja na komm kommst du zurück ja ganz in ruhe easy beasy ja ganz in ruhe langsam in ruhe ja ich glaube wir haben uns den feierabend für heute verdient was heißt feierabend nachher kommt noch rabea dann schauen wir noch ins maul wir gucken noch ein bisschen die magenproblematik an und ich glaube dass hier wirklich ganz viel headshaking mit im spiel ist dann müssen wir wirklich schauen wo kommt es her sind es die zähne ist es wirklich oben c1 c2 also halswirbelsäule und man merkt es sind jetzt hier keine fliegen aber es sind so kleine staubpartikel die wirklich wehen und es ist ganz ganz häufig das schnicken da das schnauben da jetzt das zungenschlagen da und er möchte sich gerne ganz viel reiben so wir gehen jetzt erst mal aufs paddock kannst du trinken kannst du fressen kannst dich wälzen okay na komm ich habe keine kinnkettenfunktion ich hoffe dass der weg dahin genauso gut läuft wie jetzt aber ich habe so den eindruck das mache ich ja immer ganz gerne dass ich mir das schlimmste rausnehme das war jetzt das verladen laut besitzerin da sagt sie da werde ich ordentlich streit mit ihm kriegen hat sie recht gehabt hatten wir so ich habe auch noch was für dich wenn du nicht abhaust habe ich natürlich noch was für dich jetzt kannst du ja einige blessuren habe ich natürlich davon bekommen hier was das darf ich jetzt zu hause gar nicht zeigen das ist ja nicht so angenehm da auch aua und ja so was ist denn anhängertraining muss ich einfach immer mit rechnen mit solchen sachen auch wenn die pferde dann halt zurückziehen dann hat man danach halt wirklich erstmal schulter rücken alles ganz häufig sind es dass man wirklich aufpassen muss beim anhängertraining dass man versucht schnell mit den füßen mit in fahrtrichtung zu kommen dass man die nicht verdreht dann hat man den meniskus zerschrotet kreuzbänder und sonstiges und das ist wirklich eine sache die macht man nicht mal eben nebenbei da muss man sich wirklich zu 1000 prozent konzentrieren und das sollten auch nicht ungeübte personen machen weil dann kann man es eher verschlimmern weil wenn das pferd dann wirklich damit durchkommt dann setzt es immer noch mal wieder ein obendrauf und steigen und umdrehen und sich immer hinter der seitenwand verkriechen das ist wirklich etwas das ist nicht nur für den menschen gefährlich sondern das ist auch tierisch gefährlich für das pferd und ja von daher ist das immer nicht so eine ganz angenehme sache aber man hat sie ja die pferde müssen hierher die pferde müssen auch wieder von hier weg und von daher ist das etwas was ich ganz gerne mit einbaue in gehorsamkeitstraining ich hoffe dass das ein bisschen jetzt bei ihm sitzt das muss man eigentlich drei vier tage lang hintereinander machen wirklich mehrmals am tag und ja dann funktioniert das normalerweise die zeit haben wir jetzt hier natürlich nicht morgen ist ja schon abholtag wir haben noch ziemlich viel mit ihm auf dem zettel was wir alles abschicken müssen aber das haben wir jetzt erstmal ja ich habe nicht genau auf die uhr geguckt aber vier stunden waren es glaube ich mal gucken ob das schnell ist oder langsam das kann jeder für sich selber beurteilen aber das ist halt wirklich immer ja eine schwierige situation aber so hätten wir so morgen beim abholen dann sitzt einem die zeit im nacken weil ja die nächsten besitzer von dem zweiten gast pferd auch kommen dann ist die unruhe schon drin und das kriegen die pferde sofort mit jetzt ist open end einstellung gewesen und ist ja zum glück nicht open end geworden die online beratung ne also der der tinker der ist wohl ganz fit ja dieses magenpferd was nicht gefüttert war dem geht es deutlich besser ja also es geht so besser von total scheiße dann haben wir noch einen der sich juckt da sind wir noch dran und bei dem anderen war ich noch das blutbild okay also dieses pferd mit dem kleinen ton den ich dir geschickt habe die hat mir ein blutbild geschickt die ist jetzt tatsächlich obwohl die glaube ich erst so ein bisschen angepisst kann man das sagen war weil sie wollte ja nur erziehungstipps haben ja ne und ich habe dann gesagt ich würde sagen damit musst du wirklich erstmal in die klinik fahren gucken wie viel luft der kriegt auf der das ganze also hörte sich ja nicht schön an die hatte ein tierarzt da und da hat obwohl auch ein blutbild gemacht das hat sie mir geschickt und die haben gesagt er hätte halt allergie deswegen kriegt er noch weniger luft okay ich habe gesagt du bist heute hier und ich zeige dir das blutbild mal ich konnte hier also er ist gekommen mit der geschichte er wird jetzt gerade nicht mehr geritten sie kann mit ihm aber auch nicht mehr über den hof gehen weil er wirklich durch geht sich los reißt von daher hat sie gesagt reiten muss sie gar nicht mehr weil da ist es genauso ja und sie möchte aber eigentlich entspannt mit ihm über den hof gehen kann okay das ist ja nett ja genau das ist nicht aber das geht nicht wahnsinn ich bin jetzt mit ihm hier ja der frisst ganz viel heu der trinkt auch gut der stürzt sich auch auf sein kraftfutter der frisst eigentlich viel zu viel ja ich nehme die decke ab ja ganz hartes fell da wird glaube ich auch was fehlen genau und was ich bei ihm gesehen habe das ja ganz viel schnitt ja immer er soll sehr lichtempfindlich sein ich habe an allergie gedacht wie auch immer aber hier oben ich habe das hier oben angezeichnet die stellen wenn ich da wirklich dran fassen fängt er sofort an zu schlagen mit dem kopf ja das ist halt das headshaken kann halt so so viele ursachen haben von allergie bis verspannung über gott faziales nervenzündung über 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 so dadurch dass der aber gestern so viel reagiert hat im genick bereich aber guck mal er steuert sich ja auch die ganze zeit überall wo er warum hat er macht hier kein netz drauf glaube sie hat gesagt dass wenn sie eine maske drauf macht der augenmaske wird es besser ja trotzdem ist es halt so der fixiert irgendwas ja dann fangen wir an spannung aufzubauen ja und dann ist er weg geht er weg und er geht auch senkrecht in die luft und dreht sich dabei und nimmt die jegliche kraft ok das hatten wir heute ich bin mit ihm aber hier entspannt über ein cross trail gegangen den er gar nicht kennt ja dann haben wir fragen was er morgen machen dann haben wir ihn an den anderen herangeführt und dann fing die prozedur an ok aber bei der behandlung und alles ganz ganz nett ganz ganz nett gewesen dann ziehen wir aus und dann gucken wir uns an ich weiß nicht warum man jetzt noch eisen drauf hat also die besitzerin die ist der der viel das ganz schwer die hat gestern viel mit den tränen gekämpft als sie so seine geschichte erzählt hat die ist noch nicht viel zum breiten gekommen von fünf lederhaut entzündung war schaden alle möglichen sachen also außer beim anhänger die situation habe ich ihnen auch nicht unkooperativ kennengelernt aber guck mal wenn du beobachtest die ganze zeit und was er auch ganz häufig macht wenn du auf die rechte seite kommst der kriegst du diesen ich nenne ihn immer headshaker blick diesen leicht verklärten prüfenden und da ist auch alles ganz dick und schmerzempfindlich ist gar noch eine ohrsprachige drüsen geht er auf die wiese zu hause nein der kommt gar nicht raus am außer aufs paddock weil er angeblich habe ich noch nie gehört kannst du vielleicht was zu sagen er verträgt angeblich kein gras und selbst nach fünf minuten anweiden kriegt er sofort ein kollekt ok wetzt der so doll ich kann es dir nicht sagen sehr viel zahnstein hat ja sehr lange hengst ziehen aber das hast du ja selber schon der wird jeden jedes jahr gemacht er wäre jetzt wieder dran oder ja genau im juni sagte sie juni juli der ist einfach wieder dran der hat querrillen richtig die hängst ziehen müsste man ein stück runter das ist alles so gar nicht schlecht vorbehandelt manchmal einfacher ist wieder dran kriegst du scharfe kändchen man fühlt auch dass er eine rampe hatte der untere erste den den hat jemand schon ganz schön ein stück runter genommen der obere schwebt noch so ein bisschen aber gucken wenn du den beobachtest das zuckt hier alles kann das nur allergie bedingt sein dass er sich nicht anfangen kann natürlich auch sein dass der im hänger so weißt du fest warne aber du fühlst ja schon dass er super genießt wenn du ihn da massiert und und das ist natürlich auch schicken ja weil du immer eins ins genick riss ja was ist der katastrophe also für es für so ein pferd weil du ja nicht wie kopfschmerzen oder nackenschmerzen dann irgendwann das zieht sich ja das zieht sich dann weiter ist er denn ihr zu hause auch so widersetzlich wenn sie mal unter schmerzmittel gehabt haben die haben sogar die haben ihn eine woche lang schmerzmittel gegeben sagte es gab gar keine veränderung haben sie denn mal eine woche kortison geben das wäre halt meine frage der hat sich auch nicht einsprühen lassen alles was da so auf der haut geht das können wir jetzt machen außer hier vorne und er ist auch so muss er auch nicht über nacht ja und er macht es ganz viel so dieses zungen nachdem er was gegessen hat wir haben also weil das ist jetzt schicken ist so ja also zähne müssen gemacht werden ja aber ich glaube es ist nicht ich glaube sie sind auch schon gemacht die schneide zähne aber ja und er wetzt aber auch natürlich auch echt schwierig hast du das schon gehabt dass ein pferd kein gras fressen kann oder darf nicht bis jetzt nein nein ich habe das muss doch denn irgendwas anderes sein dass irgendwas da drauf du hast natürlich fehlgerung oder so na wir hatten jetzt zwei pferde die haben sich tatsächlich über fressen die sind vorgestellt worden wegen atemnot und dann bin ich so ausgestiegen das passt gar nicht mehr durch die tür das hat dann alles so aufs diafragma gedrückt die keine luft mehr gekriegt haben aber das kenne ich nicht aber es ist natürlich auch wer weiß wie hoch die wiese ist womit gedüngt haben gesagt fünf minuten und danach war also entweder sind das nur kolik symptome die sie dann halt selber mit tierz oder kolosan oder was auch immer und ansonsten geht es ab in die klinik die homöopathisch also morgens und abends acht tabletten würde ich mal voll stark einsteigen die sind auch ganz neu da gibt es erst studien für hunde drüber wir suchen gerade galoppa um zu gucken vorher nachher kortisol spiegel macht das nämlich auch runter so dass man damit vielleicht arbeiten kann okay das wäre die erste möglichkeit ohne dass man direkt anschauen beurteilen kortison macht abc also das wäre was ich glaube man hilft ihm total viel ich glaube auch nicht dass dieses fett verkehrt ist nach der es halt völlig und den anhänger scheint er mit irgendwas schon in verbindung zu bringen also weil der da ist ja ganz gekonnt der steigt auferrampe der steigt drinnen der steigt davor der weiß genau welchen weg er einschlagen wohin er sich entkommen sind dann kann ich ja okay ja das war so ein bisschen so mein mein verdacht mit allergie mit das denke also ich weiß es natürlich nicht auch hier gibt es bestimmten blutbild so oder ich glaube ich bin nicht auf dem blutbild aber man kann halt so schön viel erst mal erkennen ja glaube jetzt der luka der ist echt klinisch durch therapiert der der wird ein blutbild haben sie hat auch versucht alles zu kriegen das ist wohl eine tierärztin aus gander gesehen die auch die akku gemacht hat und alles sie hat sie aber telefonisch nicht erreicht sonst hätte ich das schon ja aber das kannst du ja dann einmal nach senden dass wir dann einmal drauf gucken und das ist natürlich auch das nächste ist es sollte jetzt auch nicht ein jahr alt sein oder man hat eine historie so 19 20 21 22 das ist das denn ich habe ja ganz viele online beratung hier können können die theoretisch gesehen bei dir auch wenn die jetzt ein blutbild haben dann kommen ja meistens so kriege ich es halt mit ganz viele aussagen ach da ist nur ein bisschen zinkmangel ich gucke mir das denn an habe natürlich nicht so vielfach kenntnisse aber ich sehe fünf stück sind ganz oben in der norm die anderen sind ganz unten in der norm die differenz ist ja eigentlich sehr groß ja synergien gibt es ja auch besteht die möglichkeit dass man diese beratung die man für dich jetzt hier bei uns auf der seite zum beispiel buchen kann dass die dir auch blutbilder schicken natürlich den einfach ein rad geben und was das sein fährt genau genau ich würde einfach reingucken ich bespreche mich auch ganz oft mit kollegen ja das haben wir auch bei einer online beratung mit fünf stück haben wir gesagt haben das blutbild sieht so verschoben aus aber nicht so ja nicht wie soll ich sagen es ist nicht ganz schlecht aber nicht ganz gut aber so verschoben dass wir alle gesagt haben irgendwie ja und haben dann uns tatsächlich in der telefonkonferenz zusammengesetzt und haben gesagt können wir machen mal für uns selber brainstorming wie bei dr haus was hat der patient und das ist einfach ja dass man muss ja nicht alleine immer mit seinen sachen fummeln sondern ja klar was ich auch ganz häufig habe sind online beratung die wollen in die klinik und sagen womit muss ich denn da hingehen weil sonst wird ja unten angefangen und oben wird aufgehört ja und letztendlich kommt es zu nichts und ich sagte immer mensch abeja macht auch online beratung sie ist tierärztin vielleicht kann die einfach sagen mensch bei dem und dem würde ich erst mal das und das abschicken lassen ja dann lege ich mich zu weit aus dem fenster oder ich weiß auch nicht alles aber ich denke viele sachen sind ja so kann man mit den mit den besitzern einfach besprechen ja und dann kristallisieren sich schon ganz 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 viele sachen raus und dann ist es ganz oft auch so ein aha erlebnis dass man sagt ja ja natürlich da ja ich gebe mein bestes fehler sind menschlich aber ich probiere irgendwie die kollegen anzurufen und dann zu sagen hilfe wir müssen mal darüber sprechen dann werde ich das mal so weiter ja okay perfekt wunderbar supi für ihn 450 und jeder weitere tag hundert ne du gibst du mir jetzt erstmal einen ganzen ganzen einen ganzen heute und dann telefonieren wir morgen ob er schon anfängt zu essen morgen um vier bis dahin wissen wir eigentlich schon mal normal ein bisschen mehr wie es ihm damit geht ja ich bin gespannt wunderbar perfekt weiter geht abholzeit für luca gleich kommen die besitzerin und wir haben glaube ich allerhand gemacht wir haben allerhand rausgefunden ich bin gespannt wie sie darauf reagiert ob es eine kleine hoffnung für sie ist dass man vielleicht doch noch mal ja einen neuen therapie ansatz startet jetzt ist gerade ein bisschen sonne es ist ein bisschen wind staub fliegt durch die gegend ein bisschen ja fliegen sind da und das ist deutlich schlimmer für ihn für mich sind es deutlich head shaking symptome und jetzt ist natürlich die frage wo kommt es her und da glaube ich muss man mal einfach so ein bisschen auf die suche gehen ein paar ideen habe ich schon nichtsdestotrotz ist das natürlich kein grund warum sich ein pferd jetzt nicht über den hof führen lässt oder warum es nicht in den anhänger geht und das glaube ich sind so zwei verschiedene paar schuhe das eine ist wirklich lasse es das ist das was ich meine das eine ist was gesundheitliches was natürlich alles ein bisschen schwieriger macht das andere ist wirklich glaube ich so ein bisschen ja ich will mal so sagen ein pferd vom händler muss jetzt nicht immer was negatives sein aber häufig landen die pferde bei einem händler die schon eine bewegte geschichte hinter sich haben und die halt auch einen gewissen umgangston oder nur mit einer gewissen autorität zu führen sind also ich will mal so sagen gedengelt ist das vielleicht das richtige wort der begriff dafür und ich glaube dass der luka schon genau weiß wie er sich entzieht wie er sich aus der affäre zieht es ist ähnlich wie bei falco er versucht es leicht wenn er damit nicht durchkommt kommt da selber in hysterie und dann wird es natürlich schwierig und das muss man erstmal so ein bisschen durch durchsetzen und ruhig bleiben emotional ihm zeigen du alles ist gut und das ist glaube ich schwierig und da müssen wir aber letztendlich hin halt so jetzt scheint hier die sonne man sieht öfter mal dass er so in sich reinhorcht dass er anfängt zu schnicken dieser leicht verklärte blick es tut sicherlich irgendwo weh trotzdem dafür natürlich nicht los schießen und mich komplett ignorieren wir werden gleich eine maske drauf machen oder zumindest eine fliegendecke und damit er da schon mal so ein bisschen geschützt ist weil er doch sehr empfindlich ist was so berührung auf der haut angeht was sprühflaschen angeht und ja das gucken wir mal machst du sehr gut und während luca noch auf seine besitzerin wartet bekommt dann gleich auch noch mal ein stehtraining und für das große wiedersehen kriegt er natürlich auch noch ein paar anweisungen so und deine besitzerin hat ich ganz lieb die macht alles für dich also auch ein bisschen zusammenreißen und so ganz und freund tränchen läuft das ganze dann auch nicht ab und halt doch der steht hier draußen ja das stimmt und dass es waren autos auf dem hof er hatte sogar ganz schwere bedingungen weil wir haben ein pferd da drin das kann nicht alleine sein das macht wirklich so viel randale der hat hier heute morgen die ganze zeit ganz ruhig am heu gestanden draußen alleine mit mir und er ist auf dem pädagom galoppiert und hat geschrien und hat gemacht und getan ja er stand ja einfach ja aber es ist es ist ganz schön dass er dass er hier einen schönen anfangszeichen hier dieses kopfschlagen auch zeigt also wir haben head shaking stand mal im raum und da kam das auch mit dem mit den gräsern dass er allergisch auf bestimmte gräse reagiert ich habe leider die unterlagen noch immer nicht ich habe mir hingeschickt weil es wäre total toll gewesen wenn ihr die unterlagen gehabt hätte das ist ein dicker ordner also das ist schon wirklich viel und da zu dem zeitpunkt stand er aber noch in stur in dem stall wo ich ihn auch gekauft habe und da hat er diese symptomatik entwickelt als wir umgestallt haben in meinen wohnort nach fechter war er symptomfrei komplett also da hat er das gar nicht gemacht nur beim reiten im schritt und das auch nicht immer das kam dann immer so ganz drauf an wie ja seine tagesform eigentlich im endeffekt war das wäre auch was wo ich sagen würde also ich teile ihn glaube ich in zwei pferde ein ja einmal in den gesundheitlichen und da ist für mich auch wirklich head shaking ist ja nur ein oberbegriff ja letztendlich und ich habe aber die vermutung dass er auf irgendetwas entweder allergisch reagiert oder was ich auch im befund festgestellt habe ist dass diese partie hier aber auf der anderen seite dollar konnte ich head shaking provozieren indem ich da leicht nur drauf gedrückt habe und ich konnte auch head shaking provozieren wenn ich auf der anderen seite auf die sattelfläche gestrichen habe denn so und das sind natürlich dinge wenn du reitest da oben hast du vielleicht nicht unbedingt den genickriemen aber wenn er durchs genick gehen soll hast du genau in diesem bereich stress ja und du hast stress auf der sattelfläche ja richtig weil es es ja ein sehr gelehriges pferd und er will ja auch arbeiten aber er ist dadurch dadurch dass er so sehr schnell sich so hoch fährt und sein stress level sehr weit ganz oben angesiedelt ist dann rollt er sich so ein und dann stellt er sich hier oben hin und man kriegt ihn kaum mehr runter also sein sein stress level wieder runter zu fahren wird enorm schwierig und dadurch ich weiß nicht mehr genau wie es hieß irgendein dreieck was in diesem bereich ist das hatte die junge osteopathin die wir da hatten die ihn behandelt hatte nämlich auch gesagt und sagte auch ja es deutet darauf hin dass er sehr viel stress hat ja und das haben wir auch festgestellt wir wussten nur nicht woran es lag und wir haben ja wirklich nach ausschlussverfahren gearbeitet ja kein ergebnis erzielen können weil wir ihn nie wirklich klinisch kein ergebnis genau und wir konnten ihn nie wirklich runterkriegen was sein stresslevel betrifft weil er immer durch irgendwas dann hier oben angesiedelt ist ja das ist schwierig deswegen haben wir ja gesagt denn das turnierreiten komplett eingestellt haben ihn da rausgenommen dann ja das draußen reiten ist für ihn ja enorm schwierig das ist ja aktuell gar nicht mehr möglich das wurde eingestellt sachen wo man hinfahren muss oder so wie training oder solche geschichten haben wir eingestellt damit wegen diesem stress allem gar nicht mehr aussetzen und eigentlich dürfte er keinen stress mehr haben es sei denn halt irgendwo schmerzen und das ist eben die frage also ich gehe schon davon aus weil es ist wir hatten ja gestern rabea auch da die hat aber letztendlich so ein bisschen das bestätigt was ich auch schon so ein bisschen vermute headshaking oberbegriff die frage ist ja nur wo kommt es her ich merke nur gestern war es zum beispiel nicht windig und er war entspannt ja heute ist sonne und sind und der staub fliegt und er fängt an zu schlagen wenn ich ihn jetzt zum beispiel hier vorne kratzen dann total toll super super gut heißt also für mich es ist wirklich entweder irgendwas polen mäßiges irgendwas anderes was da wirklich stress macht ja und die rabea hat sie ja er hat jetzt hier bei uns ein anti allergikum bekommen heute weil ich schon das wetter so ein bisschen gesehen habe um zu gucken wie geht es ja wir sind mit ihm cross trail gegangen die gänse sind vor ihm hoch geflogen da stehen silubalen da steht ein boot am rand kein thema wirklich als wir über den reitplatz gegangen sind hat er das holzpferd gesehen und da kann ich glaube ich das was ihr auf dem hof denn als stress habt da trippelte der plötzlich auf stelle und wollte eigentlich nur noch weg ja und dann habe ich geguckt wie kriegt man ihn und ich habe gar keinen druck gemacht dass er weitergehen soll sondern ich bin einfach stehen geblieben und ja hab ich gechillt und das steht ja auf gras dann habe ich zuerst ja gras so und dann ist ja da aber so 56 mäuler voll grasen zu dem holzpferd hin ja und dann war das für sich gar kein thema mehr also auch beim nächsten mal nicht mehr ja das war gar kein ding ich gehe mal zurück da bleibst jetzt stehen also ich vermute und was jetzt halt die rabea meint wenn ihr wirklich was noch ausschließen wollt ob es irgendeine allergie irgendein entzündungsherd sonstiges ist würde sie wahrscheinlich mal eine cortison behandlung wenn es ganz schlimm ist so und was jetzt halt ja ist ist dass diese bereiche hier wirklich schmerzempfindlich sind ja richtig so entweder müsste man halt da röntgen wenn das noch nicht passiert ist und gucken ist da irgendwas also der bereich hier von von hier bis hier ist geröntgt ja halswirbelsäule bis da wo wir ja sehen konnten haben wir geröntgt und nicht zu sehen sagt da war nicht also und zwar auf wir haben das nackenband wurde ja auch geschalt und die genickbäulen wurden geschalten und sattellage also wieder ist bis nach hinten wo man halt konnte haben wir aufnahmen machen lassen weil er nachdem er die ersten turniere gegangen ist anfing mit dem kopf zu schlagen und das sehr extrem deswegen habe ich das auch möglicherweise eine rückenproblematik geschoben weil er anders gefordert wurde und hat mir da an dem punkt die schuld gegeben habe gedacht ich habe das pferd möglicherweise überfordert und es wäre unfair ihm irgendwas anzulasten was er halt einfach dann irgendwo nicht leisten kann und als das ohne befund war ich wollte erst mal das organische ausgeschlossen haben haben wir natürlich noch mal ein sattler geholt und da hieß es dann der sattel geht gar nicht ihr braucht neun ja und dann haben wir direkt neuen sattel besorgt und damit wurde das ganze dann ja noch schlimmer das einzige was halt rum kam war dass er eben hier einen wirbel engstand hat aber wirklich nur ein engstand und sie sagt auch ich sag's euch nur es ist ein engstand da die wirbel sind nicht aneinander es wird ihn so nicht beeinträchtigen nur dass ihr es jetzt ist es jetzt nichts dramatisches sie sagte jedes zweite pferd hat dann wirbel engstand und das wäre nicht ganz so ein aber wir machen halt viel bodenarbeit viele seiten gänge alles das was man am boden mit ihm für seine verhältnisse besser arbeiten kann als von oben ja also ich habe ja jetzt einen krassen unterschied ja jetzt eine ganze weile hier mit ihm gestanden das werdet ihr denn im video sehen ja und es war kein gehampelt schön jetzt haben bilder weil warum auch immer wenn er bei euch viel drin ist wird das natürlich weniger haben als wenn wir jetzt hier draußen ist schon viel draußen also wirklich viel draußen aber wir haben bei uns weniger baumwerk also wir haben da so vereinzelt mal so ein kleines bäumchen aber das war dann auch schon also natürlich viel ja richtig also da er geht mittags raus meistens manchmal vormittags je nachdem wie es da am besten klar wir sprechen uns mit den anderen steilkollegen natürlich ab und dann ist er auch seine gute sechs sieben stunden draußen ok also da legen wir schon sehr viel wert darauf dass er so lange wie möglich raus kann und sich ja das ist das das tut ihm immer am besten wo er dann sehr runterfahren kann und einfach fährt sein kann ohne dass man was von ihm möchte wo er einfach nur zeit für sich hat er hat einen kumpel mit dem er zusammen steht die paddocks sind leider nicht so riesig groß die können zwar schon galoppieren und auch mal gas geben aber es geht immer schöner sag ich mal von der größe aber er hat da auch immer soziale kontakte ist nie alleine mit dem verträgt dass ich sehr gut so dass mit dem kortison musst du halt einfach mal für dich entscheiden ob du das probierst alles was ich was ich hier festgestellt habe ist das ist aber am ersten tag war er noch ein bisschen massiger ja am nächsten tag war ja schon viel entspannter von allen und der erste tag da wollte er sich auch hier in dieser gegend gar nicht so also anfassen lassen ja aber skeptisch und mit zurückgehen und hier oben auch das war am nächsten tag schon gar kein problem wo er ein bisschen masse verloren hat und das wurde auch alles ein bisschen wabbeliger ja das war also ganz gut hier habe ich heute gemerkt linke seite putzen ganz entspannt wechsel ich auf die rechte seite ist es nicht so entspannt ich weiß nicht ob du das auch kennst ja kommt man halt auf die idee dass man vielleicht mal den magen antherapiert ja das hatte sie bei ihm nicht das hast du schon mal gemacht aber es ist natürlich die frage wenn das nicht die ursache ist sondern eine allergie oder sowas die ursache ist ja und du bekämpfst nicht die und machst parallel dazu vielleicht den magen oder danach dann hast du ja quasi gar keine verbesserung nur weil du machst da was aber die eigentliche symptomatik kommt von was ganz anderem ja andersherum sage ich mir wenn ich ein pferd habe was immer so unter strom ist und was immer so unzufrieden ist und sich unleidig fühlt wäre für mich logisch dass der magen auch gestresst ist ja ist jetzt kein ja kein richtiges ich will mal so sagen kein greifbares symptom dass man sagt mensch ich würde den magen dann auch noch mal nachziehen weil er frisst gut ja das kann ich gar nicht sagen er hat eine super gute verdauung ich würde wahrscheinlich auf gequetschten hafer umsteigen weil das ist vielleicht das was ihn aufdienst ja nicht dieser volle hafer ja und das würde ich einfach im hinterkopf behalten weil rechnen so die sättel haben wir uns angeguckt der der für ihn angepasst ist der ist tatsächlich zu eng und wir haben es heute noch mal gemacht also ich nehme ich der erkennt den sattel wirklich wenn man damit kommt und der lag kaum auf ihm drauf ja also wir sind mit dem sattel von der stute ich hoffe das ist der ich glaube aber ja sind wir gekommen haben ihn aufgesattelt es war mehr oder weniger kein problem ja man kommt mit dem anderen sattel und nichts mehr ja wir haben wirklich vier oder fünf unterschiedliche sattler da gehabt wir haben probe geritten und gemacht und getan und immer wieder was neues also wir haben dieses pferd ist knapp fünf jahre bei mir und ich habe sieben sattel gehabt davon haben wir drei neue sattel also es ist ja ja wirklich investiert und dann passt ein sattel der den man wirklich nur vom gefühl her drauf gelegt hat weil man gesagt hat irgendwas kann nicht stimmen aber damit funktioniert das so einigermaßen ich denke wenn man der zweite teil glaube ich ich weiß nicht ob ich mich damit zu weit aus dem fenster lehne der zweite teil ist dass ich glaube ich entweder wurde er so dermaßen geärgert von wen auch immer weil ich habe den eindruck dass er ganz genau weiß wie er sich aus der affäre zieht sei es beim verladen sei es bei irgendwelchen schrecksituationen wo er einfach in so in so eine situation kommt wo er sich daran erinnert er hatte ich schon mal brauche ich nicht ja der war ja so und da sind wir dran gekommen als wir ihn gestern verladen wollen und das ist finde ich es ist eine erzieherische sache die absolut nervig ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich sehe kein grund warum er nicht auch wenn er head shaking hat auch wenn er eine allergie hat wenn er eingepackt ist auch wenn er bauchschmerzen hat weil er aufgedunsen ist warum er nicht entspannt mit die über den hof gehen kann ja gibt es nicht hat er nichts zu tun ist meine meinung es heißt wir haben hier wirklich mit ihm geübt du siehst wir haben da eine kleine notbremse drin ich weiß nicht wie ihr das macht haben wir auch wir haben auch also wenn wenn wir irgendwo hinfahren ich habe im futterdruck im hänger habe ich immer eine hängskette drin nutze sie wirklich wirklich ungerne aber ich habe sie dabei meistens merkt man es schon beim bevor man abladen will wie er gerade so drauf ist und wenn ich merke ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein dann nehme ich sie mache ich sie mit dran ich nehme immer noch ein strick oder eine longe und halte mehr da ich habe sie dann wirklich nur für notfall bin aber kein fan von muss ich einfach sagen also ich muss sagen wir haben gestern alles probiert ich habe es auf meine nette art probieren nein ich habe es auf meine halb nette art probiert nein dann habe ich das den strick so gemacht aber durchs maul gezogen und plötzlich ging er wie ein lämpchen ja es war für mich so gibt man ihm diesen druck zwingt man ihn und das scheint er auch zu kennen sowas dass er weiß na gut so er hat jetzt aber kennengelernt auf dem futter ist lecker was zu essen ja und ist denn wirklich ich glaube 20 mal auch normal drauf gegangen ist auch ganz alleine drauf gegangen heute haben wir wieder ein ein bisschen neu angefangen ja und was wir jetzt festgestellt haben ist dass wenn man wirklich nur eine longe an der seite lang spannt ja dann ist es mit strick durch mal gar kein was ich jetzt ich bin hier nicht an sondern ich mache es immer so so und was ich glaube ich wirklich mit ihm machen würde das ist voll nervig aber ich würde wirklich so eine art so eine art für training die machen ja also er soll ja lernen auf dich zu achten und nicht du auf ihn ja das mache ich in der halle mit ihm immer vor der bodenarbeit ich fange immer damit an schritt gehen halten schritt gehen halbieren und rückwärts das würde ich halt raus machen er hat hier zwischendurch immer mal gras gefressen wir haben jetzt überhaupt nichts danach bei ihm festgestellt das heißt wenn man wirklich spazieren geht oder so was dann könnte man wirklich alle zehn meter oder alle fünf meter mal anhalten deshalb mal gras beim grasen habe ich es hier gehabt ich habe dazwischen anhänger und walze gegrast da laufen dann auch noch die Meerschweinchen hoch und runter dann macht er und dann hat er einmal so die gänsefamilie lief dann noch vor seiner nase lang da war er einmal aber er ist dann wieder runter gegangen und hat weitergefressen so hier ist es ja immer so die pferde die hierher kommen die haben ja keine umstellung die sind drei tage hier die kriegen sofort das futter wir haben ja 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 so großart wollen wir mal kommen wir schon mal leckerlis so er war hier eigentlich eher der ruhepol für den anderen das ist schön wie ist das bild so für dich vom 1 ich kenne ihn ja nur so wie ich ihn hier kenne ich bin sehr entspannt sehr angenehm also es freut mich wollen wir mal eine runde gehen er mit sowas nicht gut zurechtkommt und sein stresslevel wieder so weit oben ist aber so wird er überhaupt nicht so was ich jetzt wirklich gemacht habe ist dass wenn ich stehen bleibe ich habe die hier vorne und dann kriegt er wirklich da ist er ja empfindlich sobald er an mir vorbeigeht wie muss ich mir das ja kannst du ruhig mitkommen wie muss ich mir das denn bei euch vorstellen wenn ihr über den hof geht aber wir haben also ich meine was macht er denn dann da will einen quer durch die gegend ziehen fängt an zu tippeln und ist ganz unentspannt okay es ist mal mal ist es gut mal ist es schlecht aber wir haben auch viele also viele leute die von auswärts kommen und dann ist natürlich auch viel hänger verkehr das findet er nicht cool da sind jetzt die ganzen tiere ja fein gut so guck mal so fangen musst du das ja also sonst halte ich dann immer an und gehe weiter ja aber gar nicht gar nicht vorstellbar dass man mit ihm so irgendwie gehen könnte echt nicht gar nicht nur also das holz das holzpferd vorne war schwierig also ganz zu anfang aber dann war es gut und hier bei den silo ballen hat er jetzt gar nichts gemacht die ganzen male ja die die kennt er also da ist er eigentlich immer recht entspannt ja wenn wir jetzt reiten würden ja wie kennen wir da aus so einer situation am besten raus ich glaube man merkt dass da jetzt kommen die pferde ich glaube man merkt dass ja ich meine aufmerksamkeit haben die kommen angetrabt galoppiert so ist schon so ist schon klasse prima so und was ja auch immer hilft ich habe wirklich ich trag meinen arm da und fein ne und ich versuche immer gar nicht erst so dass der strick stramm ist ja weil hat er probleme auf dem nasenrücken dann hast du ja schon das problem dass es dann unangenehm wird ja und er irgendwas macht das ist so schön ich bin noch nie mit ihm spazieren gewesen nein was wirklich war ich habe es am anfang ganz oft probiert und das hat ihn immer so gestresst ich dann gesagt habe ich will ihm das eben nicht mehr aussetzen ich lasse es lieber ja ich glaube auch weil er viel zu gucken hat das ist das neugierig ja das geht überall hin der ist sogar aufs wollte zum holzpferd gehen obwohl er so eine angst hatte ja es ist eigentlich doch voll der kumpeltyp also man kann der kämpft richtig für einen wenn man den auf seiner seite hat der kämpft und weil was das springreiten betraf waren wir kamen super miteinander zurecht wir waren spazieren hast du es gesehen andersrum das haben wir auch gemacht kannst du auch gerne andersrum gehen weil wenn man wenn man zum beispiel kutsche fährt dann merken die fahrpferde genau wer die leinen in der hand hat das heißt wenn du wenn du deinen arm steif machst oder zum beispiel spannung in deinem arm hast oder nicht atmest dann merkt dein pferd das und dann wird es ja vielleicht spanniger oder wie auch immer luca ist es vollkommen egal wer mit ihnen über den crossdreel geht das macht er jetzt rechts und links rum so richtig glauben können dass die beiden aber noch nicht wo wir mehr spazieren gehen können so ich glaube einfach das sind dann manchmal kettenreaktionen wenn er den bauchschmerzen hat ja dann gibt es druck oben aufs genick was er auch nicht toll findet dann gibt es mit der funktion ja auch druck da wo er aber auch empfindlich ist ja deswegen steuere ich ganz viel über diesen gärtengriff und sie zu dass ich immer den stück durch hängen habe ja auch wenn ansonsten wirklich hartes training hat heißt nicht ja aber wirklich sagen so gar nicht mehr sagen wie bist du heute drauf ich gucke mal was ich mit dir machen kann ich möchte das und die einstellung die muss man auch haben ja und dann sagen so ich mach das jetzt und wenn du hier fünf stunden um mich rumläufst das ist mir völlig jacke aber wir gehen da er muss regeln befolgen und ihr müsst regeln befolgen dass wenn ihr wisst er hat schmerzen bei dem oder schmerzen mit dem sattel lege ich nicht drauf muss mir was überlegen genauso muss er aber auch regeln befolgen was soll ihnen wehtun im rücken wenn ihr mit ihnen über den hof geht gar nicht für guck mal sogar den männlichen part haben wir begeistert sage du hast schon gegrinst als ich gefragt habe was ich machen muss um streit mit ihnen zu kriegen ja sei schön artig so ist er fein ja fein machst du das jetzt guckt er aber dreht sich um guckt der luca feines pferd trotz der anhänger aktion glaube ich ein ganz ehrliches pferd der kennt diese anhänger situation nur und hat sich einfach gesagt das mache ich nie wieder und ja da alle register gezogen aber seine besitzerin plus kann man sagen pflege beteiligung reit beteiligung waren ganz überrascht dass er hier draußen stand ja waren mehr oder weniger sprachlos als wir denn den cross trail gegangen sind besitzerin hat selber geführt und als sie wieder zurückgekommen sind hat schon die reit beteiligung gesagt na wie wäre es denn mal andere runde des andersrum das wäre ja auch noch mal interessant weil sie wohl die vermutung hatte dass wir so lange die runde geübt haben dass das natürlich alles aus dem ff geht und hat gedacht andersrum kriegen sie vielleicht das wert wieder was sie kennen naja und wer durfte andersrum führen die reit beteiligung und war ganz erstaunt und auch die besitzerin sind jetzt wirklich so dass sie sagen mensch vielleicht brauchen sie doch noch mal eine andere stall situation sie hat selber mitgekriegt hat genau beobachtet dass der luca total euphorisch und stramm schrittes um den cross trail geht neugierig sich alles anguckt aber überhaupt nicht schreckhaft wir haben die wildgänse hier wir haben das boot da liegen die silo ballen unsere pferde sind gerade von einer wiese galoppiert gekommen und das war alles gar kein thema ja und was natürlich im raum steht ist wirklich mal etwas hartnäckig auf allergie zu gehen auf entzündungsherde zu gehen vielleicht sogar auch mit kortison da mal ranzugehen um zu schauen verändert sich was oder ist es wirklich nur eine ja masche hört sich doof an aber ich glaube der luca ist zweigeteilt der hat einmal headshaking symptome wo man jetzt natürlich schauen muss wo kommt es her kommt es von einer allergie klinisch ist er komplett durchgeschickt röntgenmäßig durchgeschickt da gibt es keine großen auffälligkeiten die sowas einfach hervorrufen und ja ich bin mega gespannt und ansonsten ist es viel üben viel disziplin sie sagte gerade er hat eine schwere geschichte hinter sich sie haben ihn mit samt handschuhen angefasst ja und ich habe einmal so ein bisschen versucht zu erklären ein pferd was wirklich mit viel druck gearbeitet wurde egal ob vom sattel aus oder vom boden aus wenn man anfängt mit diesen pferden nur zu flüstern und sie nichts verstehen von denen was man sagt oder was sie kennen denn werden die unsicher und dann übernehmen die selber die führung und genau das glaube ich ist bei dem luca passiert er übernimmt selber die führung weil er das flüstern nicht hört es ist zu leise für ihn und das muss man wirklich abtrainieren man muss gucken dass man so mit ihm spricht wie er es kennt aber sofort mit etwas positiven bestärkt damit man langsam von der lauten sprache zur leisen sprache wächst das geht aber nicht von einem tag auf den anderen und das ist etwas was ich zusätzlich mit an die hand gegeben habe und jetzt bin ich gespannt vielleicht höre ich ja noch mal was ich würde mich freuen ich glaube aber dass dieses team alles für den luca macht auch wenn er nicht mehr zum reiten taugen sollte was ich aber gar nicht glaube die werden auch irgendwann wieder reiten da bin ich mir ganz sicher und dann würde ich mich freuen wenn ich wieder was höre jetzt erstmal wünsche ich den auf jeden fall ganz viel spaß ganz viel glück dass sie das so weiterführen können und sie konnten es weiterführen luca hat nach dem aufenthalt auf eicheneck den stall gewechselt und wurde dort auch ganz mutig wieder auf die weide gestellt und da kommt er seitdem auch kaum noch runter reiten ist auch kein problem mehr und bei der folgenden sprachnachricht sind auch arianes augen nicht mehr ganz trocken geblieben erst mal vielen dank an rabea das ist ja total lieb dass wir sind ja glücklich dass das alles so gut und reibungslos funktioniert hat im endeffekt und wir haben luca direkt nach dem aufenthalt bei euch haben wir einen anderen stall für ihn gesucht wo er mit seinem besten freund einziehen konnte wo die draußenzeit extrem hoch ist also ab zehn stunden aufwärts wo er nur minimal box aufenthalt hat und mit weidegang also auch wirklich grös und das funktioniert super wir haben keinerlei probleme mit kolik oder irgendetwas das wo es die ganze zeit hieß oder bloß nicht aufs gras und wegen dem magen und das geht alles nicht da haben wir gar keine probleme mit dreimal auf holz das soll bitte so bleiben und er ist viel viel entspannter geworden wir reiten wir haben da keine halle wir reiten wirklich nur noch draußen und die einflüsse die er da hat schreiende kinder mülltonnen menschen die mit motorsense arbeiten stören ihn aktuell gar nicht ist wie ausgewechselt dieses pferd das ist der wahnsinn vielleicht waren wir einfach auch so ein bisschen zu schüchtern die ganze zeit über und haben einfach auch eben einen falschen stall gehabt das ist natürlich ja sehr also muss man dann auch erst mal verkraften dass man im endeffekt das selber verbockt hat auf deutsch gesagt aber es freut mich dass der luka den ich eigentlich die ganze zeit so vermisst habe was der wieder da ist und ja das haben wir euch zu verdanken und ich bin sehr glücklich darüber dass wir diesen weg gegangen sind bis zum nächsten Mal